Mein Name ist Martin Rausch. Ich arbeite seit 20 Jahren für den Automobilclub von Lützeburg und ich bin zuständig für den 24.7. Notdienst Callcenter. Mir am meisten im ACL gefällt, dass wir als Mutter wie eine große Familie sind. Wir gehen gemeinsam in eine Richtung und das durch die anderen. Das macht uns zu einer starke Equipe und all das gibt mir das Beste für unsere Mutter. Meine Motivation ist, unsere Leute zu helfen und sie all das nicht stark zu machen und dass sie selbst eine Satisfaction an ihrer Arbeit können. Ein Job ist, unsere Mutter zu helfen an ihrer Not und die beste Lesung für sie zu finden. All das ist ein Challenge für uns und auch in Krisensituationen wie zum Beispiel Tornado, die Verschwemmungen, Pandemien, vordern uns raus. Und genau an so Situationen gibt es eine starke Equipe, die wir sind. Wenn sich eine neue Herausforderung stellt und einen flotten, interessanten Job sieht es an einer dynamischen Equipe, dann ist es am ACL genau richtig. Ein Schlag wird eine solche Schlauze der Zeit in meinem Verkehr. Und die886. Und in der Zeit haben auch das, was es sein. Ich bin ja sehr Electronic- Philosophy. Vielen Dank.